Willkommen auf Ellipson. Ich bin Mathieu, Produktmanager bei Ellipson und stelle Ihnen den neuen Smart-Lautsprecher W33XI vor. Die dritte Generation des W530 bietet viele Neuerungen. In Bezug auf Konnektivität unterstützt der W34XI jetzt alle drahtlosen Verbindungen wie Airplay 2, Chromecast, WiFi und Bluetooth aptX. Der W35XI hat AUX optischen Eingang und RJ40 Ethernet-Anschluss. Volle Konnektivität aller Nutzung. Dank hoher Konnektivität als Multiroom-Speaker verwendbar. Spielen Sie unterschiedliche Musik in jedem Raum mit einem W35XI-Lautsprecher ab oder harmonisieren Sie ihre Räume mit gleicher Atmosphäre. Unsere Ingenieure haben hart gearbeitet, um die bestmögliche Klangqualität zu liefern. Die Verbesserungen sind signifikant. Mit einem klareren und präziseren Hoch- und Mitteltonregister für eine originalgetreue Wiedergabe. Jetzt zum Kern des Tieres. Im Inneren sind vier Verstärker je einer für einen Lautsprecher mit 350 Jahren Gesamtleistung. Als Alternative zu HiFi-Lautsprechern bietet die W35XI dank ihrer zwei Tags 165 mm Lautsprecher und zwei Tags 25 mm Hochtöner pro Seite Stereoklang. Mit zwei W35XI können Sie jedem Lautsprecher rechten und linken Kanal zuweisen für breiteres Stereo-Bild. Der W35XI besteht aus einem schwarzen Aluminiumstreifen und einem tiefen schwarzen Stoff. Die kugelförmige W35XI ist ein zentrales Stück im Interieur. Verbesserte Konnektivität und Klangqualität sowie ein elegantes Design verändern Ihr Musikerlebnis.